Jo, was geht ab bei euch auf der Erde? Hier ist TeraFox von der Erde. Jetzt spielen wir wieder ein Sonic-Fangame, ein altes Sonic-Fangame. Wo war immer noch aktuell? Sonic Robles 2 Multiplayer. Und da gibt es auch schon einen Server, den wir aussuchen. Stevens Multi-Server Coop 2. Das sind schon 20 Spieler. Und das wird geladen. Aber das Bild da oben drüber verstehe ich nicht. Irgend so ein Magic Eye Trick sein oder so. Wo man die Endliche sehen muss, um das Bild in 3D sehen zu können. Was dahinter versteckt ist. So sieht so ungefähr aus, das Bild. Ich habe es ausprobiert, hat nicht geklappt. Da kommt nichts. Ja, dann sind also zwei komisch geformte Badniks noch zu sehen. Und da ist das noch mit einem pinken Rahmen gekleidet. Ja. Oh nein, es lädt. Ja, wir können jetzt weiter das Bild beschreiben. Und ähm... Ja, das ist halt eben... Oben rechts steht eine Eins. Was soll das bedeuten? Ist das Kunst? Soll das Kunst darstellen? Soll ich zum Künstler geworden? Wo wollen wir denn moderne Kunst? So. So. Muss sagen, weil hier Videospiele sind keine Kunst. Ich schaue euch das Bild mal an. Wenn das nicht Kunst sein soll, weiß ich auch nicht. Ha. Okay. Soll ich noch genug geladen? Nicht. Genau. Darunter geladen. Und jetzt bleibt stecken. Na komm, wir spielen. Ja, es kommt schon. Nur den Game Stage. Mach das eine noch in den Gs rein. Hier eigentlich sind wir drin. Oh je. Du, wo sind wir jetzt? Wow. Der Porto hat der World of Life. To bonus stages. Was erzählen die Spieler. Schau dir Kaas. Oh, das war, das... Das, was passiert nicht oft in den Spiel ist, der Server voll ist. Der ist aber nicht ganz voll, da passen noch 10 Spielereien. Am besten ist es dann wenn man ähm... Team Deathmatch hat oder sowas. Dann mit äh... 32 Spielern und auf einer Karte die sich gegenseitig beballern und abschießen. ohne einstetig der robotnik monitor die waren nicht zerstört ärger feuer feuer darf man auch nicht büren im spiel das ist ein das war doch auch nicht war spitzen dazwischen waren wir so dazwischen nicht dürfen und zwei dämonik spiel werden wir längst tot aber hier waren wir zwischen den spitzen ok ist hier hoch so aber tails ist das natürlich easy mode wenn man hier über die ganze stadt spielen kann er ist nicht der schnellste hier im spiel aber man kann fliegen suchen wir mal platz aus exit level in eine minu tor und sehen wir man kann nicht erkennen werden nicht der ständige normalerweise ist noch ein flaggensymbol anscheinend sind der großen spiel bezahlt das war eigentlich die zahlen von lebenden aber dann links vor allem soll jeder erste wert 35 ich glaube extra leben oder fast ja extra leben müssen das sein das haben wir viel leben sagen wie viel daneben stehen 36 extra leben wie lange spielte das spiel ich bin schon auf dem server ok 13 sekunden noch müssen wir jetzt hin hoch ich glaube hier hoch das war die erste stage oder der erste akt so jetzt muss der voll sein wow legt das wow das legt oh man man kann hier auch als eggman spielen das ist ein jetpack aber wir nehmen tails die nächste kleine putze ist ja tot war luigi oder luigi beides wahrscheinlich beides oh man was ist das für ein charakter den kenne ich gar nicht okay wir brauchen ringe das laggst es wieder Ah, ne, so kriegen wir die Ringe nicht. Jetzt hat der Pink Kick lag. Zwei wurden gekickt und lags. Da gucken wir uns, der Pink aus sieht. 26 Millisekunden, 100 Millisekunden, ja. 150. Jetzt wird ja sehr, ja, kleiner Spieler gekickt werden. Wir haben immer noch keine Ringe. Sollen wir das jetzt überleben, hier? Sink-Failer. So, wir haben zwei Ringe. Wir haben zwei Ringe, sehr gut. Nein, da reicht, um unverwundetwas zu sein, oder so. Aber wir haben zwei. Ich glaube, das wäre jetzt besser, ne? So, jetzt kommen wir hier. Jetzt geht es in State, ein bisschen merkwürdig. Nicht mal linear. Weil wir müssen jetzt da hinten hin. So. Wow. Wow, wie geht diese blöde Stachel. Keine Ahnung, wie das denn soll, diese... diese Stachel liegt mit Kugel an der Kette. Die hatte... die hat uns fast erwischt und... Bildschirm... Oh, jetzt haben wir das nicht erreicht. Aber so geht es auch. Wir fliegen einfach. Warum laufen, wenn wir fliegen können? Warum sprengen, wenn wir fliegen können? So, jetzt weiß ich nicht, wo es lang geht. Den hat es erwischt. Oh, uns hat es auch erwischt. Scheiße. So, und jetzt? Oh, nicht runterfallen. Nee, runterfahren, hier. Ich weiß gar nicht, was der Crush 43 an 89 glaube ich heißt. Crush. 43 89. Irgendein YouTuber, der kann nur Facecam aufnehmen, wenn er keine... Oh, wenn der Controller-Support hat. Die spielt hier zwar Controller-Support, aber spielt sich eigentlich nur am besten mit Maustastatur. Und wie man sehen kann, hab ich trotzdem mit Facecam, obwohl ich mit der Tastatur spiele. Verstehe ich nicht so ganz. Ja, finde ich einfach mal so gerade ein... Das sind wir wieder unten, oder was ist passiert? Können wir den ganzen Tag wieder hochlaufen, oder was? Irgendwas ist passiert. Wir sind runtergefallen, als ihr Radio blinkt. Rashford. Rashford. Free 89. Oh, mein Wert nahm. Ja. Oh, mein Nein! Ah, doch. Kann ich doch wieder einen Schluch runter. Wo geht's lang hier? Wow. Wie hoch vielleicht? Ach, scheiße. Fand ich auf die Dorn. Mann. Okay, wir sind etwas unverwundbar. Ich glaube, wir laufen gerade in die falsche Richtung. Kann man ja nicht so beziehen, wenn man tot ist. Okay. Ähm. Kann man eigentlich selbst zum Mord weggehen, wenn man verwundbar ist? Also, das ist schon von dieser Frage. Wollte ich beantworten. Oh. Ja. Da haben wir gerade das Messer in die Kehle reingerammt. Weil ich keine Ahnung hatte, wo es dankiger wird, wie wir uns verlaufen haben. An den Kehz hier entlang, genau. So. Keine Ahnung, wo wir waren. Das ist jetzt hier entlang. Ah, es funktioniert nicht weg von uns wieder. Letzter Checkpoint hat nämlich gar nicht funktioniert. Wann wir wohl in die falsche Richtung gelaufen sind. Aber ich selbst noch sehr gern ist. Löst alle Probleme selbst. So. 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 Das ist auch noch Gedanken habe ich jetzt nicht so. Aber. Meine Stimmen sagen wir manchmal. Komm, wir sind gleich der Tod. Das ist klasse, du hast. Diese. Also sagen, ich würde dich tot sehen. Irgendwie. Ist das jetzt doch. Okay. Das ist kein Thema, wenn man jetzt in einem Zeug jetzt play anfangen soll. Aber. Oh. Da. Ich muss es auch irgendwie verarbeiten. Okay. Wir haben jetzt gerade ein Brotkrieg. Wir sind aber jetzt durch. Jetzt müssen wir hier noch durch. Das ist der auch voll war. Wo sind die alle? Mario hat es geschafft. Da sind die alle viel schneller als wir gewesen. Acht Spiele brauchen noch. Oh. Kann man nicht hier sprechen oder so? Nee. Vorher und auf mannschen Zervern. Ich sage vorher und auf mannschen Zervern. Ich glaube wir in der Vision. Wie wird es uns das nicht getan? Oh. Die tanzen. Wie macht man das? Amy tanzt. Kowski. Kick oder wie er heißt. Ich bin nur noch Russland. Russland. Oh. Schmeiß die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Hey Moskau. Moskau. Ja. Oh. Tails tanzt hier auch. Wir haben tatsächlich Sprites eingebauten, in dem man tanzen kann. Ich tanze auch hier. Wie tanzt man denn? Boah. Der hat uns fast umgebracht. Wir wissen wie man tanzt. Okay. Mit dem Mausziger mostly tanzt man nicht. Ich drücke jetzt alle Knöpfe. Ich möchte gucken, ob ich das richtig erwische. Ich kann hier tanzen im Spiel. Das wusste ich gar nicht. Okay. Das war jetzt der falsche Knopf. Kommt, wie tanzt man? Ich frage im Chat nach. Okay. Okay. Ich würde gerne Eggman tanzen sehen. Oh. Wie geht das? Wie geht das? Mit der Maustaste? Nee. Rechts, links? Nee. Enter? Nee. Nee. Spaces springen? Gott. Also auch nicht. Oh. Ist das nicht. Das ist genauso wie dieser Spinnen, der schon eh mühen konnte. Das habe ich auch gesehen. Doch, Leute. Es gibt keine Antwort im Chat, wie man tanzt. Eggman. Immer noch kehrt Eggman. Also jetzt sind wir hier. Wow. Das ist ganz schön erwischt. Ja, jetzt haben wir hier Eggman in der Mitte. Klingelingeling. Klingelingeling. Hier kommt der Eiermann. Oh. Der Eiermann haut uns ziemlich. Meine Güte. Oh. Oh. Auf den gelben Knopf drauf. Oh. Komm, der erwischt. Der Eggman. Der ist wieder gleich. Wir wollen auch den Eiermann erwischen, aber... Schatze, was ist hier los? Gibt's keine... Oh. Jetzt fliegt er auch noch. Wow. Jetzt haut er die stachen Kugeln dann wirklich aus und erst wurde er besiegt. Er wurde besiegt. Okay, wir sind jetzt in der Luft. Das ist auch noch nie passiert. Das ist mir auch noch nie passiert. Das wird wie jetzt ein Endbild in der Luft aufnehmen. Okay. Ergut Canyon Zone 1. Oh, das ist auch wieder ein Stage-Stream, der mir nicht gefällt. Diese Kakteen sind gefährlich. Ah, Shadow ist hier. Ja, ist ja alles gut. Oh. Na, den Ring-Monitor. So. Was wollen die jetzt hier? Und rüber. Fangen wir mal den Eggman da. Die Stelle ist doof, aber wir sind Tails. Wir können jetzt überfliegen. So. Aber ein Checkpoint vorbei. Und dann wieder hoch. Oh, T an T sind nicht gut. Aber wenn die angreift, dann explodieren die Fässer. Na, wie gerade eben. Er hat es erwischt. Mann, warum fliegt er immer drüber weg? So. Okay, wir... Das... Hier ist jetzt ein bisschen langweilig als Tails. Ich glaube, hier müssen wir vorbei. Sicher bin ich mir nicht. Ah, nein. Oh. Wir leben. Wir leben. Ich dachte, wir sind jetzt... ...in Canyon runtergefallen und wir sind tot. Okay. Weil wir leben. Jetzt kommen wir hier hoch. Okay. Das Day wurde geknackt. Weiß jetzt nicht wie. Einfach so. Ah, wir kennen ihn so und wie. Da haben die fängende Sniper als Endgame nach. Da ist Fank. Wo ist Fank geblieben? Da ist der. Wow. Wo ist hier der Hase? Der alte Sonic? Ja. Der Hase ist auch dabei. Sonic sollte ja anfangs ein Hase sein. Den haben wir jetzt hier. Okay, irgendwie. Haben wir sich. Da kommen wir oben drauf. Nee. Ah, was soll's. So. Das war Fank des Sniper. Da wird Fank gegen 20 andere Leute. Das überlebt man nicht. Oh nein. Oh nein. Frozen Hill, Sideszone. Oh. Wo wir diese Schnee mehr noch nicht schießen können. So. Und diese Pinguine. Oh Mann. Nervig. Und dieser Schnee, wo man nicht durchlaufen kann. Ist auch nervig. Oh. Aber die Stage machen wir jetzt. Wir nehmen ein Schild mit. Ist ja mal gut. So. Können wir runter Wasser atmen. Wir nehmen ein bisschen zu hier hoch. Aber wir springen kommen einfach schneller. Wow. Artillerie. Artillerie hier. Oh. Den hat's erwischt. Ist eigentlich nicht so einfach. von dem Typen erwischt zu werden. Ja. Das ist ein normaler Schild. Lass ich für die anderen übrig. Feuer und Wasser Schilder haben wir jetzt. So. Penguinen geschrottet. Keine Ahnung. Aber wo es vor allem geht. Keine Ahnung. Was hier in Gates geht. Glaube ich. Keine Ahnung. Oh. Taser. Falt. Taser. 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 Das sah aber sehr bescheuert aus. Mal zu ihm wieder Schere ausgeschritten, sah der aus der Knuckles. Das fand ich so schön. Aber der heutige Knuckles sieht besser aus. Okay, wir sind Erster. Nicht Erster meinte ich. Wir sind jetzt hier irgendwie durchgekommen. Hier ist ein Missile-Zweig oben. Tanzt hier jemand? Nee. Amy umarmen gerade im Mechernuckles. Okay. Jetzt versucht Sion und Eggman zu umarmen, glaube ich. Oh. Oh, was macht die da? Was soll's. Gehen wir einfach mal zurück. Vielleicht helfen wir mal jemandem. Der noch nicht so weiter geschafft hat. Ja, wir fliegen jetzt die Map zurück. Irgendwie. TF3. Was ist TF3? Team Fortress 3. Alter, da ist schon mal jemand, der braucht ein bisschen Hilfe. Was ist denn das? Elektrosonik? Oder? Ein Fluss aus Schnee. Mein Gott. So funktioniert ein Fluss aus Schnee. Schaut euch das mal an. Dann wird hier total in die Enge getrieben. Von den Schneemassen. Hier ist ein. Einlassen. Oh, herrje. Ja, wir haben jetzt 2.577 Punkte. Oh, Mann. Gott. Komm, geh hoch. Oh, ist Powerful. Oh, ist Love. Oh, Ray kann man auch in dem Spiel spielen. Mal auf manchen Server angeht. Spiel mal Ray. Ich habe auch nur 2 Sonic Spielen vorher. Mal Sonic. Sega Sonic the Hedgehog. Das Arcade Game. Äh. Und. Ja. In Sonic Mania. Aber im Arcade Game kann er nicht nur das leiten. Sonic Mania kann Ray Gleiten. Das einzige Spiel, wo er das kann. Ha. 2 Sonic Mania. 2 Spiele. Und jetzt. Fehlt Ray. Er fehlt auch immer. Mighty fehlt auch. Fang the Sniper war auch nie mehr vor. Ha. Und die ganzen Charakteren aus Sonic the Fighters erst recht nicht. Mein Gott. Aber die Gefährdengames. Die das hier war. Sind sie zu finden. Ok. Genug gelabert. Über Fang. Äh. Races. Races Quere. The Flying Squere. In einer Wohngruppe in der ich lebe. Ist die dieser Tails immer der Eichhörnchen genannt. Zum 2 haben es gesagt. Keine Ahnung wieso. Und. Eichhörnchen und Sallys glaube ich. Eichhörnchen oder? Ich glaube die kommt nicht in den Spielen vor. Ok. Was machen wir jetzt? Wir warten noch auf 2 Spieler. Der ohne Namen hat es auch nicht geschafft. Und Snow. Jetzt tanzen sie ja wieder. Und Amy umarm. Mechasonic. Äh. Metal Sonic. Mechasonic. Silberis. Ad Mechasonic. Ah. Was für ein Zufall. Ad Mechasonic. Darüber gerade. Gerade gesprochen. Waaah. 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 Das schreiben ich im Chat. Waaah. 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 Und dann. Ich habe gerade über Mechasonic gesprochen und dann sagt er das im Chat. Ah, das ist so einer dieser Punkte, wo ich eigentlich kriege. Da, wegen so einem Scheiß habe ich mir Psychosen bekommen. Wegen so einem Zufallsscheiß. Wie das? Dann denkt man gerade über etwas Nahrung und dann sagt einer das im Hintergrund. Genau dasselbe, was man gerade nachgedacht hat. Oh, da fühlt man psychotisch von. Ohne Scheiß. Das geht damit. Das geht. Ich habe es erlebt. Oh, Mann. Okay. Das ist mir zu viel. Okay, wenn das jetzt bleibt. Die, an der Snow ist gerade tot und der ohne Namen rechts hat nur ein extra Leben. Das dauert anscheinend, bis er es schafft. Oh, okay. Er redet immer über Mechasonic, eigentlich wollte er immer über Metal Sonic reden. Und dann schreibt einer im Chat Mechasonic. Okay. Das ist mir zu viel. Okay. Oh, ihr habt es gesehen. Jetzt wisst ihr, wie ich mich fühle. Okay. Okay. Ja, wir haben noch genug Let's Played. Bis sie ankommen, dauert es noch ewig. Das dauert noch wahrscheinlich noch Minuten. Okay. Okay. Vielen Dank für's Zusehen. Bleibt gesund. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und das hoffentlich ohne Zufall. Ah, mal schauen. Okay, bis dann. Schau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.